Hier ist es mir wieder eingefallen. Ich will kurz Zigaretten holen. Morgenatmung gibt es zwei. Spezifisch eine umfassende. Hier ist der Punkt, das ist mein linker Arm, das ist Oppo, aber es ist verkehrt rum. Aber die Selfie-Sichtweise im Oppo ist spiegelverkehrt, so ein Witz für sich. Und hier ist ein Punkt beim Eintreffpunkt in den Armen des Lungenmeridianen, der gilt als Meridianpunkt, aber auch als Atemi-Punkt ein daneben. Das wäre der Meridianpunkt und das wäre der Atemi-Punkt bei Legora. Heißt der Knochen-Verrutscht, Kugelgelenk. Das ist genau hier der Punkt. So für die Organatmung und so für die Körperatmung. Und die gemäßigte Knochenatmung wäre dann, hier wäre dann der Shi-Hai-Punkt und drei Finger tiefer der Sung-Chi-Punkt. Übrigens, peinliches Thema, wenn die Shi-Hai drei Schriftzeichen und Shi-Hai und mit Santien und auch rumspielen und sechs Schriftzeichen für Rücken und Bauch und neun für den großen Kreis und 24 für den Meridian-Kreis von Rückenstrecker und Bauchstrecker. Das ist das so, dass bei der, wenn die Lethargie auf den Shi-Hai-Punkt länger bleibt, dann ist es lavinistische Ordnung. Und genau der Sung-Chi-Punkt löst den davinistischen Zwang aus. Du lässt dann das wieder selber entscheiden, ob man sich davinistisch bewegt oder nicht. Und da haben wir in den Listern, in den Schaubressers, also alle, die diesen Song-Chi-Punkt praktiziert haben, die wurden schwer verfolgt und getötet mit so einem Kicks. Wurden die alle getötet. In Wirklichkeit sind die Punkte konstruktiv. Du kannst die Punkte, wenn du vor die Atmung, ja, so albern das ist, Kung-Fu ist eigentlich Mordverboten. Deines Mordopferes verstellst. Einatmung und Ausatmung verstellst. Dann kannst du durch manche Akupunkturpunkte töten. Das sind dann aber nur drei, vier oder fünf Stück. Und die anderen sind alle rein konstruktiv nur zur Gesundheit. Die Atemi-Punkte auch. Das sind alles Körperkorrosionen im Leben und Auftreffpunkte des Destruktiven, die unseren Körper einstellen und die man sich als Punkt festlegen kann. Das ist ein ziemlich freies Spiel gelassen. Bei den Meridianen nicht. Da sind die Punkte ziemlich festgelegt. Und bei der Atemi-Punkte ist ziemlich freies Spiel gelassen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwas schlimm ist. Naja, das ist eben verboten. Ebenso ist es ja auch Quatsch. Du musst den Gegner ja zurechtstellen oder er muss nicht besonders anmaßende Autorität haben, bevor du ihn auf dem Kehlkopf haust. Auch Quatsch. Das sind alles so Fantasien, wo die Notwehr in die Liturgie sackt oder die Notwehr sich mit Wünschen vereint und in die Liturgie rein sackt und so. Und es gab ja auch reiflich ein Feedback, bis der Campspurt wieder irgendwie im Gehirn mehr eingeleuchtet hat als Kung Fu. Und wir machen ja Kerngelau und dann machen wir das jetzt so. Also Knochenatmung. Also Knochenatmung, Gehirnatmung, Knochenatmung, Muskelatmung. Die Muskelatmung wird eingeläutert durch das Rest selbst und die Muskelatmung teilt sich in zwei. In investigativer Absicht und in beschiedener Absicht. Beschiedene Absicht ist dann stärker. Jetzt, wenn Investigation jetzt heißt, infernale Destruktion heißt Investigation, dann wäre das natürlich wieder umgekehrt. Das ist eben schon da so Sache der Weltanschauung, wie man da wirklich denkt. Aber getestet habe ich das und insofern traue ich mich, das weiterzugeben. Also ich habe es vorgemacht, du, nein, weiß ich auch, was ich erzählen wolle. Ich habe mich extra, extra Jahre lang, ich war obdachlos und habe mich extra Jahre lang super kribbelig und dumm gestellt. Nur um diesem Weltplan zu entsprechen. Dabei ist mir ein Haufen freie Spiritualität und spirituelle Dauerpräsenz und spirituelle Abhängigkeit. Das sind fast drei verschiedene Themen und die freie Spiritualität ist nicht die normale Spiritualität. Zum Beispiel, wenn es spirituell ist, gewährt man, ja Mensch, sieht nun mal was. So, ist nun mal so. Manche Arten haben Ähnlichkeit und gibt es irgendwie auch aromatisch. Es gibt zum Beispiel alle, die so eine Platte haben, die haben den Gott. Und alle, die so gucken, die haben den Gott. Das sind irgendwie so aromatische Vorhandenheiten. Dann habe ich auch Götterrundung im Gebet, heißt mein Film, glaube ich. Da habe ich untergeschrieben, wie man durch die Finger und ihre Glieder und ihre Gelenke eben diese Aroma-Agnung erreicht. Das heißt, dass man aus den Organen kräuselt sich so ein farbliches Aroma und siedelt sich unterm Vorderhirn an und bereichert dann Körper und auch Kraft. In alten Büchern steht das so Jagd-Trasil und Irim-Sul. Jagd-Trasil ist der Baum, der alles ffff, ffff. Man geht da unten in die Wurzeln rein, da sitzen die drei Norden, erzählen, hast du das gesehen, das hast du nicht gesehen, das kommt gleich. Da vergeht man einfach. Und ich finde das eine gute Erklärung. Und Irim-Sul ist, wenn der Baum aufblüht und die Blätter fallen und bevor die Blätter fallen, ergibt sich wie in den chinesischen Filmen auch die alten germanischen Caps haben. Die haben immer so ein, aber die haben ja so ein Norweger-Pullover, so ein Nusser und so. Und sie hatten früher so ein Dings und dann so ein, so ein goldenes Letzchen mit, ähm, Irim-Sul heißt, so wie Muskelmann. Und da habe ich nicht darauf gekommen. Ich hatte das, das ist halt nicht so sehr gejuckt. Gehirn-Atnung, Knochen-Atnung und Muskel-Atnung jetzt so ein Kerngedau. Und da muss man mal nachgucken, da gibt es irgendwas von Shaolin und ich glaube auch Buddhismus, ein Thema darüber. Ich glaube, das betrifft speziell chinesisches Qigong und da muss ich sagen, im tibetischen Qigong ist auch viel mit dieser Lethargie, bis zum sepsenstellenlegen und absegnen und wirken, so, um die Lethargie einigermaßen zivilisiert zu gestalten, gibt es auch tatsächlich in Tibet so richtige, so, richtige Artenkünstler und so. Und ich glaube, die haben auch nicht so viel zu melden. Und die, 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 die Kung-Fu hat sich ja zu diesem, sogar Pakua und Seng Yi zu diesem mantischen Kampfsport gezählt, so. Da bin ich irgendwie abgeblitzt, bin irgendwie ausgestiegen. Das wollte ich nochmal erzählen zu Knochen-Atnung, Gehirn-Atnung, Knochen-Atnung und Muskel-Atnung zum Kerngedau. Nach gesund. Man knackt sich so durch, man wird so ein alter Knacker und knackt sich irgendwie wieder jung. Und viele Knackstellen, da kommt man ja gar nicht so durchgeknackt. Und da wird einem ja auch was erzählt, neurologisch, osteopathisch, meistens sind es ja Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Das sind ja immer genau dieselben Schmerzen. Und ich habe mir das angeeignet durch diese Punkte, Atemi-Punkte-Meditation. Ich kann den Körper schon ansehen, oder so geht, oder so geht, ungefähr was so eine gewaltaktuelle Situation wäre, wo er sich nicht reinbegeben darf, wo er nicht unbedingt hingehen sollte, so. Das will ich mich nicht darüber erheben, weil ich das sehe, dass ich das nicht habe. Aber es ist schön, wenn man sich das erzählen kann, ohne dass man einen irgendwie gleich ewig unter Kontrolle bringt, und sagt, wo, da überschätzt du dich, da bist du irgendwie verknackt. Und dann gehst du besser nicht hin. Jetzt machen wir das Studio von Kerngedau für Kerngedau für Artentechnik in Kerngedau.